There is something about today, there is something I should say, it's sooo so true Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Checked Alliance So, wir haben hier den Junkyard, also im Prinzip Mülldeponie Eingenommen Ich habe mal geguckt, was hier in dieser Bruchbude drin ist, aber da war nur Munition drin, Munition, die ich nicht brauche Vielleicht komme ich mal später irgendwann drauf zurück, wenn ich sie brauche, aber im Moment ist das nicht der Fall Ich habe auch nicht die Leichen da geplündert, weil es mir zu gefährlich war, wegen dem Minenfall Und ich will ehrlich gesagt nicht, dass mir hier die Leute sterben und mein Zeug unnötig kaputt geht Ich werde mir vielleicht mal einen Sprengstoff-Experten leisten Und ja, ähm Hm Ich hätte, Moment hier mal, gucken wir doch einfach mal, ob Äh, bla bla bla, Explosive 82 Äh, so ein beschissener Schütze Dann haben wir noch hier Hitman Ja, da ist, da ist schon ein bisschen besser bei Sprengstoff, wenn wir Blatt Blatt ist Oh ja Oh ja Wolf Wolf ist ein guter Freund für Lynx Ja Guter Mechaniker Tor 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 Kaufmann Ein äußerst deutscher Mann Ist auch ein Sunny Meltdown ist auch, der ist auch ein Sunny Nails Nails ist Uh, Nails Ja, da ist doch gar nicht mal so schlecht der Herr Okay, Q Sydney Sydney Ist Äh, ja Geheimagent, ihre Majestät Äh, okay Ja Scheiß drauf Okay, so, jetzt werden wir uns mal Wir werden uns da nach da unten bewegen Auf geht's Was, okay Was ist Lost Was Cambria Cambria Ich hab Da unten ja, ne Scheiß drauf Okay So Allen Leuten geht's wieder einigermaßen Ne Äh, komm, Irod Die letzten paar Sehr schön, okay Gut Wir haben Post So, gucken wir doch mal Bobby Rye Hast du mein Jury say you're mailing this will Unheil von mir that you have brand new's Okay, gut Die haben neue Ware Dann schauen wir doch mal rein Äh, brauche ich nicht, weil das scheiße ist K und H, also H und K 21 Ich glaub in Call of Duty heißt das Ding PP90 Wenn ich mich Wenn ich mich recht entsinne Steier Drug Enough Ich find den Namen eigentlich gar nicht so schlecht Drug Enough Ähm Ja, hab ich auch schon Äh, hätte ich auch schon kaufen können Hier im Händler Mini 14 Oh Es ist aber 16 Ja, ist das Ding scheiße Ich will ne M60 haben Wenn ich mir ein Mg zulegen sollte Dann ist es ne M60 Sonst Kommt mir nix ins Haus Ja, okay Gut Ähm Dann werden wir hier mal Supply Depot Ähm Ja Los geht's Los geht's Bum 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 Ladebalken 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 Nerv, Nerv, Nerv Okay, so Da sind wir also Ähm F2 So Okay, so Speichern Ja, ich, ja, 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 für alle da draußen, die jetzt sagen, oh, der Spei hat, der ist auch voll nubig, ja, ist mir doch egal, ouch, ja, oh, was hat denn der da schön aus, das sieht mir nach, hm, das sieht mir nach, nein, es ist kein M60, oder, ne, sieht mir aus, ein M16 mit einem gescheiten Magazin drauf, der hat ein dickes Sniper, die Jungs sind hier, der hat ein Mini-14, der hat eine MP5-SD, also SD für Schaltdämpfer, der hat eine AKU, okay, den hatten wir schon, also der hier, der hat eine AKM, okay, das ist der mit der AKU, der hat ein, äh, hier ist das Ding, äh, SKS oder so, der Typ hat eine Well-Silent, der hat auch eine AKU, der hat, eine Bashmaster, eine, äh, 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 a-ba-ba, ne fällt der Name gerade nicht ein, ACR, ACR, ACR Bashmaster, der hier hat ein, Steyr, müssen Steyr sein, theoretisch, Ballpuppdesign, mh, egal, okay, und der auch eine wenn es sein, jaja, jaja, und hier sind viele Leute, viele, viele, viele Leute, Hier ist ein... Boah, die sind aber auch ausgerüstet hier. Alter, ey, Jungs. Boah, ich meine, hey, das sieht scheiße geil aus. Die schauen mir so ein bisschen ähnlich, die Jungs, wenn ich in Amuntour da stehe. Aber hey, ich werde euch trotzdem töten. Okay, fangen wir an. Ich habe keine Ahnung. Ich will, ich will, ich will einen Bot haben. Okay, bewegen wir uns mal still und heimlich hierhin. Ganz leise und vorsichtig. Steroid. Gut, hat das Visier drauf. Passt, passt, passt. Gut. Das heißt gut. Naja, ausreichend. Äh, nee, warte, Leute. Geht hierhin. So, ihr versteckt euch nur hier und... Steroid. Der Mann... Der... Der... Der Fels in der Brandung. Okay. So. Anlegen. Eins, zwei, drei, vier. Vier Schuss einfach mal aufs gerade wohl hinaus. Bitte, bitte triff. Bitte schieß gescheit. Und ich habe auch von der Community gehört, dass die es genauso sehen wie ich. Die... Ja, scheiße, verfehlt. Jetzt kommt er aber. Scheiße, scheiße, man. Andy. Du, Meisterschütze. Was ist die Meisterschütze? Äh, Tüte, Tüte, Tüte. Und Grunty. Grunty, Grunty, Grunty. Na, na, na. Äh, nein. Junge. Kannst du dich hier durchschießen? Yeah. Hinlegen. Andy legt dich dann auch mal hin und... Ja, der Rest vom Club. Bleibt dann einfach mal da. Aha, jetzt sieht er uns. Jetzt legt er an. Jetzt kommt da hinten aber noch einer. Und der Rest wird uns auch gehört haben. Das heißt... Die werden gleich so rausströmen. Sterilita verfehlt schon wieder. Ja, das ist echt nicht schön. So. Hier. Einmal hinlegen. Äh, okay. Ira legt dich mal dazu. Ja, wobei... Also Ira kriegt beim nächsten Level ab. Definitiv. Na, guck mal hier. So treffen wir den. Kriegt beim nächsten Level ab. Definitiv die Punkte auf Ausdauer. Äh. Getrimmt. Äh, ja. Andy... Andy kann den gar nicht mal treffen. Ja, doch. Nee, warte. Hoppla. So, hier. Andy schießt weiter, schießt weiter. Grunty... Weiterschießen. Ihr müsst den Tod kriegen, unbedingt. Das ist unverzichtbar. Für das Gelingen dieser über Ausdauer. Moment hier mehr. Igor. Igor. Schießt einfach auch mal hier drauf. Ganz egal. Ja, auf einmal... Da trifft er wieder. Da trifft Steroid einfach wieder. Eiskalt, ja. Ich meine, Steroid steht da. Das finde ich alles andere ist gut. Knie dich mal hin. Lippt auf. Rein. Ich höre dich. Ich bin ein Armut. Andy... Keine Ahnung, seht ihr den auch? Nein. Ich seh den nicht. Iggy seht den auch nicht. Äh. Iggy, rutsch mal raus hier. Und... Ja, Iggy schießt über Kimme und Korn. Das ist nicht so optimal. Und ich seh grad, Iras Waffe muss mal bei Zeiten repariert werden. Das kann ich nachher auch noch machen. Ähm. Grunty, siehst du den? Nee, sieht auch nix. Wollt mal hinsetzen. Nee, sieht auch nix. Also, legen. Bleib mal liegen. Autsch. Autsch, 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 autsch. Da kommt der nächste, da kommt der nächste. Andy, äh... Dein Patient, ähm... Grunty? Ist doof. Ah, ja. Antworte nicht auf die Frage. Ähm. Konti. Ja. Ich bin wirklich amassig, wenn ich mich nicht repariert habe. Okay, also jetzt wird's hier langsam kritisch. Ja, mit der Schuss. Der hat versucht, zu machen. Okay, äh, Steroid. Nee. Geh da weg. Geh da weg. Geh da weg. Weißt du was? Ich höre dich. Du gehst... Nee. Du stehst auf. Läufst hier hin. Legst dich hin. Wechselst auf das Ding hier. Und... Ja, nachladen tust du sowieso von selber. Okay, so. Iggy. Weiterfeuern. Ira. Ja, gut. Hat noch nicht abgebrochen. Ich kann nicht den Schuss machen. Das ist... Aber doof. Das ist richtig doof. Emdi. Weiter, weiter, weiter. Ich hätte nicht gesagt, aufhören. So fünf Schuss noch. Okay, super fest. Du haust auch noch ein paar Mal drauf, Junge. Und hier. Ähm. Steroids. Äh. Wo ist ein Steroid? Steroid ist noch immer da. Scheiße, Mann. Das finde ich ganz, 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 ganz arg zu kotzen. Ja. Das habe ich mir gedacht, dass das passieren wird. Äh. Warum er auch immer ehrlich gelaufen ist. Naja. Egal. Braunwald. Hier. So. Nimmst du das Ding. Läufst du. Hierhin. Nächster Zusammenmann. Wie du möchtest. Sehr gut. Ja. Okay. Ich sehe so. Okay, wie mache ich das? Okay, so. Du setzt dich. Er sieht den einfach nicht. Wieso? Haben wir. Ich kann auch noch, wir schmeißen. Er kann die Gerate nicht so weit schmeißen. Egal. Ähm. So. Gut, 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 gut. Dann. Nee. Können wir das auch nicht löschen. Na doch. Er hat auch einen Treffer eingesteckt. Ja, nur weiter, nur weiter, nur weiter, nur weiter. Weiter, 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 weiter schießen, weiter schießen. Ist egal, passt schon, das macht nix, das macht nix. Nur, ja, Steroid muss auf jeden Fall überleben. Nein. Nein, 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 nein. Ähm, die... Äh. Echt, nee, wieso, wieso sterben die so schnell? Wo soll denn der Scheiß, Mann? Und wieso sieht der nix? Ach, kotzt mich nicht an. Ira, du bist... Ira, schieß den doch einfach hier. Ja, wieso sieht der denn nicht? Wieso nicht? Was ist das Problem hier? Alter, willst du mich verarschen, oder was? Willst du aufstehen? Okay. Ja, gut, dann stehst du halt auf, aber Ira. Echt, Mann. Okay, die Scheißen. Hau du it. Ja, 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 ach so, ja, nee, warte mal. Du. Ähm. Nee. Scheiße, scheiße, scheiße. Emdi, doch, ja, wir müssen das so machen. Emdi, du schießt nicht. Emdi, du nähst mit denen hier wieder zusammen. Das hilft alles nix. Ja, 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 ja. Hütte den endlich, verdammt. Erst endlich mal... Und da geht's der Red nochmal down, weil Ira zu dumm ist, an dem vorbeizuschießen. Geil, wir werden hier von nem einzelnen Vollidioten zernägert. Echt super ist das, das ist so geil. Boah. Ey, nein. Nicht auf die Beine. Keine Ahnung, ob ich... Ja. Nee, das war Kopf, oder? So, Torso. Torso, Torso. Grunty. Aufstehen. Hier hingehen. Nix sehen. Nix sehen. Einfach nix sehen. Das ist echt wahnsinnig. Komm unterwegs. Gut, du befällst. Looking for something to do. Awaiting Orders. Ja, hilft nix. Ja, ich weiß, ich verbrauch grad meine ganzen... Medi... Puuuaks. Äh. Jungs. Das kann's nicht sein, dass die hier... Ja, wunderbar, endlich. Na, schönen Dank auch. Hier, Leute, ihr macht mich fertig. Ihr macht mich echt fertig. So, und jetzt darfst du dich selber gleich nochmal verarzten. Und hier... Steroid, lad endlich mal deine verkackte Waffe nach. Du lädst mal nach, du lädst mal nach, du lädst mal nach. Und... Steroid, du hast sicher noch Spritze dabei. Ja, Spritze entnehmen. Spritze verwenden. Keine Ahnung. Ich hoffe, du kriegst... Geht wieder hoch. Nein, Waffe... Doch, hat... Hat Leben gebracht. Passt. Steroid ist aber nur immer verwundet. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Ähm... Lyra... Ah, ah, ah. Okay. Gut. Ich werde den Timer beenden. Im nächsten Teil geht es weiter und dann treten wir den Idioten hoffentlich in den Arsch. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.